Oh, Hechtauftrag an der alten Festung. Die Kohle nehmen wir mit. Randa an den Hechtauftrag. Wir haben es morgens. Perfekte Zeit, um auf Hecht zu gehen. Und wo man am besten auf Hecht geht, das zeige ich dir jetzt. Also rüber über die Olle Brücke, links rum, einer der wohl bekanntesten Spots mittlerweile an der alten Festung, ist es hier 21, 67 müsste es sein. Und da kann man nicht nur hervorragend auf Amure gehen, auf Karpfen gehen, ab und zu mal auf Aal gehen. Nein, da lübt in der Regel auch der Hecht. Und hier testen wir das mal. Denn der Urflipzahl, der alte Lümmel, der hat mal wieder getestet und hat gesagt, Alden, da lübt der Hecht. Also Randa. 21, 22, 67. Genau, hier bin ich jetzt. Und wir werfen genau da schön in die Grütze. Wir schnappen uns eine übertrieben gute Route. Dieses Mal bin ich mal wieder mit Stahl unterwegs. Ich war lange Zeit immer schön mit Fluorocarbon unterwegs. Und heute habe ich mir gedacht, Alden, Stahl ist durchbisssicher und vor allem ist es dünner als das ganze Fluorocarbon. Und deswegen testen wir heute mal nach langer Zeit wieder Stahl. Und wir sind unterwegs mit Pop-Up. Kann man auch mit was anderem hier angeln? Na klar. Kannst du dich auch hier genauso schön mit einem Blinker hinstellen. Zum Beispiel die Hunter Blinker Serie geht immer wieder gut. Hunter 1, Hunter 2. Also Hunter 1, 002 als Serie. Das wäre eine Möglichkeit. Dann kann man natürlich auch hier mit anderen Wobblern durchziehen. Also es gibt immer wieder... Zack. Schön. Es gibt immer verschiedene... Oh! Alter! Schon mächtiger erster Hecht. Nicht schlecht, Alden. 8,4 Kilo schmeckt. Raus damit. Und das hier ganz simpel auf dem Popper. Fängt schon gut an. Aber wie gesagt, die Uhrzeit ist auch genau richtig. Heißt also fürs Hechtangeln Morgenstunden. Abendstunden. Das sind die beiden wichtigen Zeiten. Morgenstunden. Zack. 5 Uhr. Knappmaßig. 700 Gramm. 5 Uhr. 6 Uhr ungefähr geht es dann los. Und dann ungefähr so bis 11, 12. Und dann ist in der Regel so eine leichte Flaute bis in die Mittagstunden, Nachmittagstunden rein. Und dann geht es weiter. Ja, ich würde sagen, so zwischen 16 und 17 Uhr fängt es dann langsam wieder an. Zack. Next. Auch wieder was Lüdes. Naja, die ganzen Kleinen. Und dann ist halt jetzt immer die Frage, wo werfen wir hin? Und wie führen wir? Also, verschiedenste Führungsmöglichkeiten. Das, was ich jetzt hier mache, ihr seht ja eigentlich gerade nur, dass ich kurbel. Next. Was ich mache, ist quasi das Gieren, was man eben auch machen kann, wenn man kurbelt und rechte Maustaste drückt. Aber, und ich merke es gerade auch schon wieder, man kommt deutlich schlechter, jetzt bin ich nicht drin, man kommt schlechter rein. Und was ich halt vor ewigen Zeiten halt festgestellt habe, ist, wenn man schnell einkurbelt, kommt man da viel leichter rein in diese Führung. Und das heißt, in der Regel, jetzt bin ich relativ langsam sogar gerade noch unterwegs, aber in der Regel bin ich hier mit einer Einholgeschwindigkeit von ungefähr 50, mache eine kurze Drehung, zack, und bin sofort, sieht man es hier unten, ne, ich hänge da mit dem Fuß und mit dem Arm, mit dem Stuhl und mit dem Arm davor. Da steht halt das Gieren unten und das ist halt das, was wir wollen. Wir wollen eine Führung des Köders, weil durch diese Führung des Köders, ich weiß nicht wie, zack, da geht der nächste schön rein, hat man in jedem Fall irgendwie eine höhere Chance auf dicke Brocken. So. Zack. Oder man fängt halt überhaupt was. Oder man fängt, zack, next, sofort. Oder man fängt halt überhaupt was. Manchmal ziehst du ja durch und dann geht gar nichts. Klar, Barsch. Manchmal ziehst du durch und es geht ein Barsch rein. Naja. Aber das ist, wie gesagt, hier das A und O, eine richtig gute Führung hinkriegen. Und ob das jetzt hier eine Führung ist, auch mit der Jig-Montage durchaus möglich. Jig-Montage kann ich gleich nochmal eben zeigen, welche Jigs, welche Twister da gut sind. Jetzt machen wir mal kurze Pause. Zack, da kommt einer. Ich wollte gerade sagen, das hilft auch manchmal, dass da wer beißt. Einfach mal ein bisschen stehen lassen. Jetzt muss ich nochmal ein bisschen ziehen. Also, ich mache immer durchziehen, 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 durchziehen. Oder auch einfach mal lang gezogen. Und dann kann man immer mal zwischendurch eben diese Pause machen. So, jetzt zum Beispiel. So, und jetzt. Da. Deswegen die Pause. Genau deswegen die Pause. Zack, da kommt er. Ich weiß nicht, ob die dann irgendwie von einer Entfernung erst angeschwommen kommen. Oder ob das die triggert, dass der Köder auf einmal stehen bleibt. Oder jetzt da, wo diese, hier, da bleibe ich jetzt stehen. So, jetzt gucken wir nochmal eben rein. Die Maggots zum Beispiel. Maggots, wenn ihr nur auf dem Jig seid. Hier. Braun. Rot geht auch manchmal. Also, ruhig mal eben die Farben durchkaufen. Maggots. Super Köder an der alten Festung, um auf Barsche zu gehen, wenn Barschaufträge drin sind. 350 Gramm Barsche mal eben abarbeiten. 5, 6 Stück. Easy. Aber eben auch für Hecht. Immer aufpassen. Natürlich gerade, wenn man auf Barsch unterwegs ist. Weil das eben auch ein Köder ist für Hecht. Hat man natürlich die Chance, dass eben beim Barschangeln auch der Hecht reinballert und einem die Schnur durchbeißt. Dementsprechend halt ein dickes Fluorocarbon nehmen. Oder vielleicht einfach hier auch einen Stahl. Also Stahlvorfach. Und dann gib ihm er. So, jetzt müssen wir mal gucken. Schön locker durchziehen. Wenn es aufgefallen ist, also ich fächer gerade so ein bisschen. Gerade von dem freien Bereich, jetzt stückchenweise rüber ins Grüne. Also ich teste halt diese Bereiche hier so ein bisschen durch. Und führe den halt die ganze Zeit mit diesem Gieren immer hier schön Stück für Stück durch. Und wenn es halt irgendwo läuft, ja. So, also zum Testen, ne. Einmal alles durchchecken hier. Gerade war es halt am besten hier in dem Bereich. Durchziehen, durchziehen, durchziehen. Wir können auch gleich direkt gegenüber werfen. Auch da komplett in den freien Bereich. Zap, zap, zap. Und die letzte. Warten. Da kommt er. Ist das der Hammer? Ist doch der Hammer, oder? Und ich meine, das ist halt geil. Also so macht es eben auch Bock mit dem Hechtangeln. Im Idealfall sind jetzt hier in der Zeit, die man sich hier hinstellt, also die ganze Tagsüber, die Tageszeit, sind dann da ausreichend viele Hechte bei, dass man eben so einen Kaffeeauftrag eben absolvieren kann. Gerade so ein Kaffeeauftrag mit zweimal drei Kilo Hecht lohnt sich. Der jetzt gerade eben ist anscheinend schon oftmals abgegeben worden. Er ist recht günstig mittlerweile. Also da waren schon einige Lümmels da dran und haben ordentlich rausgezogen, die Hechte. Beziehungsweise den Kaffeeauftrag halt oftmals schon abgegeben. Normal ist der auch gerne so im Bereich von, ja, über 100. Über 100 Silber, ne? Zweimal drei Kilo Hecht für 120, 130 Silber. Schmeckt. So, nochmal ein bisschen warten. Wenn die Schnur zu kurz ist, habe ich irgendwie den Eindruck, dann geht da auch selten noch irgendwie einer dran. Und dann einfach durchziehen. So, weiter geht's. Ja, und dann heißt es eigentlich hier, komplett einfach abtesten, ne? Schön durchziehen, verschiedene, zack, guck mal da hinten so war. Verschiedene Führungsmethoden testen. Man kann auch, wie gesagt, einfach, wenn man auswirft, einfach mal Stop and Go mäßig machen. Das heißt, man kurbelt jetzt einfach mal ein. Zwei, drei, vier, fünf. Zack, Pause machen. Und wieder Pause machen. Also auch das ist möglich. Das ist aber auch so eine Sache dann wieder des Kühlers. Würde ich jetzt hier mit so einem Popper nicht zwingend machen. Da gibt's halt, also da ist dieses Poppen, diese Topwater. Die sind halt genau dafür da, dass man eben dieses Gieren, diese Gierungsführung macht. Und immer wieder zack, 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 zwischendurch, wie gesagt, mal eine Pause. Aber das mit dem Durchziehen funktioniert mit dem Blinker richtig gut. Kurze Pause, also fünf Umdrehungen so ungefähr würde ich schon machen. Dann mal eine kurze Pause. Oder einfach auch mal eine längere Pause. Aber wir haben mit den Poppern schön poppen. Zack, 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 zack. Diesen hier. So, komm mal ran hier. Gehen wir mal hier drüben wieder hin. Ja, und so zieht man halt durch, ne? Einfach schön einen nach dem anderen. Man kann natürlich für die ganz Eifrigen, man könnte natürlich hier auch nebenbei noch mit dem Frosch sich hinstellen. Oder mit dem Köderfisch. Könnte man machen. Sollen wir mal testen? Ich glaube, ich habe noch ein paar olle Köderfische. Ich glaube, ich schmeiße mal rein. So, wir haben mittlerweile jetzt gleich 16 Uhr. Das heißt, bevor es gleich wieder wild wird, fassen wir vielleicht nochmal eben die wichtigsten Punkte zusammen fürs Hechtangeln. In jedem Fall Stahlvorfach verwenden oder ein ausreichend dickes Fluorocarbon. Da kommt es auf die Schnurdicke an. Ich verwende in der Regel 0,8er. Das sind so die 31 beziehungsweise 35 Kilo Vorfächer. Darunter gehe ich eigentlich nicht mehr fürs Hechtangeln. Dann ist natürlich wichtig, eine große Auswahl an Kunstködern. Denn der Hecht beißt natürlich je nach Wetter und Uhrzeit gerne auch mal auf unterschiedliche Farben. Bedeutet also, wenn ihr irgendwo was nicht fangt oder wenn irgendwo nichts reingeht und ihr steht da, werft da 3, 4, 5 Mal vielleicht gerade genau diesen Köder aus, den ich hier habe. Aber es geht da nichts, heißt es Köder wechseln. Liegt also an euch, wenn ihr nichts fangt. Andere Köder testen, andere Farben testen, andere Tauchtiefen, andere Geschwindigkeiten des Einholens oder andere Führungsstile. Ganz, ganz viele Komponenten, gerade beim Kunstköderangeln und das zählt eigentlich für sämtliche Kunstköderangelmethoden. Da heißt es tatsächlich auch mit dem bisschen, was man da jetzt hat. Also man hat ja nur diese verschiedenen Kunstköder als Auswahl. Damit muss man auch noch variieren. Das heißt immer wieder rumspielen, testen, ausprobieren, ruhig mal irgendwas Verrücktes, vielleicht einfach mal dreimal kurbeln, stehen bleiben oder dreimal zuppeln, stehen bleiben und, und, und. Rumprobieren, irgendwann macht es auf einmal Bäm und ihr könnt es wiederholen und es macht wieder Bäm. Dann habt ihr vielleicht für euch eine geile neue Methode entdeckt, wie ihr auf Hecht geht. Zack und wieder raus damit. Ja und diese Variationsmöglichkeiten, wie gesagt, ziehen sich ja eben durch alle Kunstköderangelarten durch. Geschwindigkeit, Köderart, Köderfarben, zack. Das sind halt alles diese wichtigen Punkte, damit man hier die Brocken rauszieht. Vier Kilo, schönes Ding. Noch so einen würde ich gerne mitnehmen und dann habe ich doch genau die richtigen Gewichte, wobei einer mit drei Kilo reicht ja auch, für den Kaffeeauftrag. Ich gebe ja so ungern für den Kaffeeauftrag Hechte ab, die deutlich über diesen drei Kilo sind. Drei, vier Kilo ist ja immer noch fair, aber so fünf Kilo? Ne, den verkaufen wir lieber so. Auch noch eine ganz wichtige Information zu den Hechten und den Spots. Es kann durchaus sein, dass wenn ihr hier eine halbe Stunde steht und ihr habt schon ein bisschen ein paar dicke Dinge rausgezogen, es kann sein, dass der Spot dann einfach leer gefischt ist. Macht euch dann nicht madig und denkt, was ist denn jetzt los? Es ist durchaus möglich, dass eben solche Hechtspots einfach mal nur für so eine halbe Stunde funktionieren und dann war es das. Und da muss man dann einfach mal zwei Stunden gut warten, bis sich das so langsam regeneriert. Und dann geht man da vielleicht in der dritten Stunde irgendwann mal wieder hin und testet es erneut. Also da auch nicht verwundern. Bei mir ist es jetzt auch gerade so, ich teste jetzt hier gerade schon die verschiedenen Köderfarben wieder durch. Ihr seht, ich habe also dementsprechend die letzten Würfe jedes Mal nichts gefangen. Sonst hätte ich hier nicht schon wieder verschiedene Köder getestet. Man muss natürlich variieren, aber nichtsdestotrotz, wenn man schon alles probiert hat, es kann halt sein, dass es schon leer ist. Zu wenig Frequenz. Das ist jetzt hier nochmal pink. Ich hatte gerade, also versuche gerade nochmal ein paar Schockerfarben. Knallrot habe ich schon verwendet, ein knalliges Gelb. Jetzt eben nochmal das Pinke hier getestet. Klassiker übrigens auch immer mal wieder testen, auch gerne mal die ganze Serie gönnen. F. Lure, hatte ich in anderen Videos auch schon erwähnt, hatte vor Monaten der Devilous mal empfohlen. Mega Serie. Hatte ich mir alle komplett gekauft, die Popper. Top, also wirklich sensationell. Gucken wir nochmal eben nach dem Hoppern. Das sind nochmal ein bisschen größere Köder. Hopper. Und dann nehmen wir auch mal die knalligen Farben auch nochmal. Da muss ich ein bisschen höher vom Tempo, weil die schwerer sind. Vielleicht, zack, guck mal da. Ich wollte schon sagen, vielleicht haben wir damit nochmal die Chance. Jawohl, 3,7. Genau das, was wir wollten. Mit dem kämen wir richtig weit raus. Wie gesagt, das sind deutlich schwerere. Aber ihr seht, ich hatte Schwierigkeiten jetzt gerade, wirklich Schwierigkeiten mit dem ersten Köder. Alles durchgenudelt. Und dann geht es halt los. Überlegen, was könnte noch gehen. Worauf kann man noch versuchen. Und dann heißt es halt rumprobieren. Hätte ich die Köder nicht, hätte ich die Fische nicht. Das ist halt ein bisschen tricky. Das macht aber eben auch das Kunstköderangeln aus. Eine große Auswahl an Ködern. Weil man dann halt variieren kann. Und, ähm, tja, was für den Karpfenangler halt 500 verschiedene Boilies sind. Mit 400 verschiedenen Dips. Das ist halt für den Kunstköderangler eine große Auswahl verschiedenster Köder. Die, äh, auf verschiedene Arten eben triggern. Also nicht nur über die Farben. Sondern eben auch vielleicht über Tauchtiefe. Über Größe dann natürlich auch. Und so weiter und so weiter. So. Ich glaube, wir sind so langsam durch hier. Ich würde sagen, zieht raus die Bron. Wenn euch das ganze Hecht-Tutorial im Großen und Ganzen weitergeholfen hat, gerne einen Daumen da lassen für, hoppala, für das Video. Und, äh, einen Hecht da lassen für mich. Äh, einen Abo da lassen für mich. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos. Oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags immer um 19 Uhr. Bis dahin. Mensch, wir müssen doch noch in den Kescher reingucken. Verdorrig. Also, was haben wir denn hier in Gänze? 20 Fische insgesamt gefangen. Zwei Barsche davon. Also im Großen und Ganzen eine ganz ordentliche Ausbeute. Es geht aber noch mehr. Ähm, da war zwischendurch ein bisschen Flaute. Gerade eben auf diesem Standard-Startköder, den ich am Anfang halt gezeigt habe. Also, wir haben hier eine Auswahl von drei Kilo Hechten. Zwei Stück wollen wir. Wir nehmen natürlich hier die kleinsten. Und die geben wir ab für 88 Silber. Kratsching. 88 Silber im Sack. Und dazu kommen, nach Preis sortieren, uh, noch mal ein paar schöne Silberklunker in Gänze. Noch mal 145 Ocken. Das schmeckt natürlich. Das schmeckt natürlich, wenn wir jetzt gucken hier. Wir haben hier 30 Minuten, 35 Minuten haben wir jetzt hier ungefähr gestanden. Ähm, ja. Und in der Zeit, was hatten wir jetzt? 80, 5, 4, 230 Silber ungefähr. Schmeckt doch absolut. Also, mitgenommen, verkauf das Ganze und beim nächsten Mal Hechtangeln bist du auch mit dabei. Bis zum nächsten Mal.